Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei unser Sammlerteam. Sicher habt ihr unser Maxi-Ei-Video mit den Maxi-Eiern im Pinguin-Design zu den frostigen Fuchsfreunden gesehen. Wir hatten ja drei Maxi-Eier geöffnet und drei Figuren, zwei fehlten uns noch und heute darf ich euch den Komplettsatz dieser wunderschönen Maxi-Ei-Serie zu Weihnachten präsentieren. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bedanken, Monika von Monis Bastelstube für das wunderschöne Design im Hintergrund und bei Gerhard und Wolfgang zwei ganz, ganz liebe Zuschauer, die auch sehr aktiv in unserem Forum sind. Besucht gerne auch mal die Seite von Wolfgang www.angelner-figuren-sammler.de Oder schaut direkt auf www.sammler-team.de Dort findet ihr alle Ui-Sammler-Teams, die in diesem und auch im letzten Jahr gestartet sind. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Viel Spaß! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal.